So, hallo wieder hier bei mir, Luca von den Löwen, zur allerletzten Folge, die ich jetzt heute in Folge aufnehmen werde, weil, ja, alle Folgen, die ich heute aufgenommen habe, sind alle Folgen, an denen ich jetzt schon in diesem einen Raum arbeite, an denen wir jetzt die letzten Folgen sehr viel gearbeitet haben und in diesem Raum werden wir auch wieder sehr viel arbeiten. Ja, wir beginnen hier in der Base, wir haben auch sehr viel dabei. Ihr seht, ich habe hier meine Diamantspitzhacke und meinen Besen halt, habe ich, ja, hier oben drin und hier habe ich eben sehr viel Wolle. Und ein paar Steine. Und, ja, meine Aufgabe für heute ist es zuerst mal hier, das da hier in hellgraue Wolle umzuwandeln. Herrlich, das hat sogar alles funktioniert. Genau, den hellgrauen Farbstoff, den mache ich dann jetzt einfach mal hier so hin, so, genau. Weil ich habe heute eine sehr, sehr besondere Aufgabe. Und, oh, wir haben gar keinen Besen. Egal, dann laufen wir jetzt einfach mal den Weg ab. So, gehen wir hier vorne durch. So, hallo mein Freund. Und, hello there. Come here, little friend. Don't be afraid. Genau, denn unser Ort des Geschehens ist natürlich immer noch der Raum, an dem wir ja jetzt die letzten, ja, Folgen sehr, 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 sehr viel gearbeitet haben. Ähm, und der meiner Meinung nach aber auch echt, ja, echt was hermacht. Also, ich meine, schaut euch das mal an, Leute. Guckt euch mal an, was wir jetzt hier bisher alles gemacht haben. Also, ich finde es geil. Ich finde es echt geil. Und diese Wand hier, die ist jetzt natürlich noch ein bisschen kahl. Und deswegen, äh, ja, habe ich mir da was ganz Nettes überlegt. Und zwar als allererstes müsste ich jetzt mal, ähm, äh, 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 wie mache ich das? Genau, ich baue mich jetzt als erstes mal hier mit den Steinen hier nach oben. So. Genau, und ich würde sagen, ja, ja, so diese Höhe hier, die passt eigentlich ganz gut, denke ich. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal noch einen höher, dass ich noch hier höher komme. Genau. Ähm, und, oh, jetzt brauche ich doch meine Spitzhacke. Upsi. Ähm, genau. Genau, und zwar, meine Aufgabe ist es jetzt erst mal, hier den ein oder anderen Stein rauszukloppen. Und zwar so. Genau so. Ähm, genau. Ich überlege gerade, ob das zu gedrungen ist oder ob ich das nochmal einen runtersetzen kann. Ich würde sogar fast sagen, nochmal einen runter. Ich, ich mache jetzt mal nochmal einen runter. Schadet ja niemandem. Genau, und dann mache ich jetzt hier zack und zack und zack und zack und zack und zack. Genau, herrlich. Ähm, und dann die orange Wolle kommt natürlich hier rein. So, und damit haben wir quasi unseren allerersten Banner überhaupt in ganz Hogwarts gesetzt. So, dann gehen wir jetzt hier ein bisschen rüber, lassen hier einen Block frei und machen das Ganze jetzt noch einmal auf der Seite. So. So, genau. Und jetzt kommt natürlich Hufflepuff dran. So. Und dann hier schön. So, genau. Herrlich. Der zweite Banner hängt und die Aufgabe geht schneller, als ich erwartet habe. Ich dachte, das dauert länger. Ähm, ja, ich muss mir jetzt schnell irgendwas einfallen lassen. Äh, was ich gleich noch machen werde. Äh, aber da findet sich auch bestimmt irgendwas. Genau, dann brauchen wir jetzt hier einmal Ravenclaw. So. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Und dann so, 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 so. So, so. Ja, genau. Ähm. Und dann das letzte ist natürlich Slytherin. Slyther, 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 Slytherin. Die Ritter von Ryn. Slytherin. Ryn. Ah, mein Bruder hat mir mal erzählt, dass es so einen Rapper gibt, der Ryn heißt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und die ganzen Steine, die ganzen Steine, die jetzt hier überall willkürlich rumliegen, die sammle ich natürlich ein. Keine Frage. Ähm. So, dann schaue ich, dass ich mir jetzt hier den hole. Erstmal hier den da. Ah, aua. So. Genau, erstmal. Ah, den habe ich schon. Dann ist noch der. Und den habe ich auch. Ja, Leute. Und damit sieht das Ganze hier quasi so aus. Und ich finde das ehrlich geil. Leute, mir gefällt das. Mir gefällt das. Oh, mein Gott. Ja. Ja, 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 ja. Oh, mein Gott. Und ja, somit ist der ganze Raum jetzt vollständig fertig. Und oh mein Gott, ich fände das so geil. Ich könnte natürlich auch hier so hergehen und diese Bank hier. Ähm. Moment. Weil ich bin da gerade eben wieder drauf gekommen, dass wir da ja noch nicht genau wissen, wie wir das machen. Aber wir könnten das ja auch zum Beispiel hier. Na. 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 Aber wie wäre es dann zum Beispiel mit dem da hier? Das wäre doch etwas, was man machen kann. Ja. Ja. Kann man auf jeden Fall machen. Kann man hier vielleicht durch? Ja, aber das würde so ein bisschen den Charme des Raumes, glaube ich, wieder ein bisschen nehmen, wenn wir hier zu viel machen. Ich würde es hier, glaube ich, einfach wirklich freilassen. Ähm. Aber ja, ich finde das geil. Ich finde das geil. Genau. Und, äh, was ich mir dann noch überlegt habe, ist, dass wir das Ganze dann jetzt quasi hier noch so machen. Moment, dafür muss ich mich jetzt schon wieder hochbauen. Eigentlich dumm, dass ich mich runtergebaut habe. Aber naja, egal. So, wir gehen jetzt hier einmal ganz nach oben. Ähm, gut, ein bisschen runter können wir schon. Genau, denn wir haben ja hier diese, äh, Steine hier. Und damit können wir jetzt hier auch ganz einfach hergehen und, nee, nicht so, Luca. Aber so. Moment. Dann gehe ich jetzt hier wieder ein bisschen rüber. Ich baue mir mal hier kurz die komplette Brücke. Dann muss ich nicht die ganze Zeit so rüber switchen. Genau. Und dann hier zack, 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 zack. Genau so, so, so. Und ich habe gerade einen Abonnenten bekommen. Okay. Äh, ich habe gerade einen Abonnenten bekommen. Das, das freut mich. Das, tp-stream hat mir gerade dieses Yeah gegeben. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in eine Aufnahme gehört hat. Aber freut mich auf jeden Fall. Das, ich, ich, ich habe mich gerade erschrocken. Aua. Kriegen wir das vielleicht von hier unten abgebaut? Komm schon, komm schon, komm schon. Nope. Okay. So, bisschen nach oben bauen. So. Genau. Dann hier die oberen Steine alle einsammeln. Genau. Dann sieht, dann sieht das Ganze jetzt hier aus, wie wenn hier so Banner runterhängen quasi. Und ich finde das eigentlich ganz cool so. Genau, okay. Ja gut, Leute. Ich finde das geil. Ich finde das geil. Mir gefällt das. Was sagt ihr, ich bin einfach sprachlos. Ich finde das echt cool. Und ich glaube jetzt gerade fängt es draußen an zu gewittern. Ich gucke mal gerade ganz kurz. Ich gucke mal gerade ganz kurz. Ah, ne, doch nicht. Es sah gerade irgendwie so aus. Und ja, damit haben wir jetzt hier unseren neuen Raum. Und wie lange geht die Folge jetzt? Okay, nach neun Minuten kann ich wirklich keine Folge beenden. Und das, ich habe zwar, ich habe zwar die allererste Folge, ich habe zwar da eine Weile dran, also acht Minuten glaube ich oder so aufgenommen gerade mal, aber das kann ich jetzt hier so nicht bringen. Genau, aber ich habe hier gerade noch entdeckt, beziehungsweise mir gemerkt, dass ich ja noch ein Bild von etwas gemacht habe, wo man zufälligerweise noch einen anderen Teil sieht, den ich jetzt quasi bearbeiten würde. Und dafür brauche ich die Wolle nicht mehr. So, die Wolle, die kann jetzt hier so rein. So, das Ganze mache ich dann hier so genau. Und, na gut, Ziegelstein brauchen wir eigentlich nicht, aber ich nehme ihn mal trotzdem mit. Das, das hier brauchen wir, das, 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 das. Ja, genau. Und das, 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 das. Das, 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 ich nehme mal lieber zu viel mit als zu wenig. Und, äh, ja, ein Crafting Table haben wir ja in der Nähe. Genau, was ich vielleicht noch mitnehmen könnte, wir haben ja noch Platz im Inventar. Während hier jetzt noch mal so ein bisschen, ein bisschen Sandstein und dann hier noch so ein bisschen, ein bisschen davon und ein bisschen Feuer. So, nehme ich mal vier Stück mit. Perfekt. Äh, denn, Disclix und der Niko haben noch ganz anderes gemacht, was ich auch ziemlich geil finde. Und zwar haben sie hier dran gearbeitet, an diesem Innenhof. Und, oh mein Gott, also wie die das umgesetzt haben, ist einfach nur, ist einfach nur geil. Muss ich ehrlich sagen. Und zwar, äh, muss ich jetzt auch mal kurz schauen, wie die das gemacht haben. Ähm, man sieht, ich sehe das leider nicht ganz so gut, aber die haben hier quasi so zwei, dann haben sie hier drei frei und dann wieder zwei, dann wieder drei frei. Zwei, drei, zwei, drei. Zwei, drei, zwei, drei. Genau, und das ganze Muster, das geht hier quasi so weiter. Genau, bis hier hin. Und, ja, ich glaube, das stimmt dann so. Genau, erstmal bis hier hin. Ähm, genau. Ja, doch, das müsste stimmen. Und dann hier so. Und, Moment mal, oh, jetzt muss ich richtig überlegen, was die da gemacht haben. Ähm, also auf jeden Fall haben sie sich hier so und so gemacht. Und das da hier so dazwischen. Genau, das heißt, die haben also diese Abstände hier, ah, die haben das einfach nur cooler gemacht nochmal. Ich verstehe, okay. Okay, 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 jetzt verstehe ich's. Ähm, aber jetzt gehe ich her und mache das noch cooler. Ich mache das jetzt noch cooler, als die das schon gemacht haben. So, genau. Der andere hier kommt auch noch weg. Denn, die haben quasi, die sind quasi hergegangen und haben hier diese, diese Dreierdinger gemacht. Und die sollen hier vorne bestehen aus drei. Jetzt haben, jetzt ist das hier nicht symmetrisch zu dem. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal her. Und, Moment, auf welcher Linie? Hier auf der Linie. Und dann quasi hier so, genau. Äh, äh, so. Genau. Ähm, genau. Das heißt, auf jeden Fall, hier geht so eine Säule nach oben. Ja. Ähm, und dann ist hier ein Block, da ein Block. Hier kann man freilassen. Und die haben dann hier Mauern hin. Genau so. Außer da oben, da haben sie das da hier hin. Genau. Ja. Und damit ist das quasi hier ein Eingang. Und dann sind sie quasi hergegangen und haben dann hier eins, zwei. Äh. Genau, zwei. Und dann ist hier wieder der nächste. Drei. Leute, das wird cool, das wird cool. Ich gucke jetzt erstmal kurz, ob das so aufgeht. Dafür muss ich jetzt erstmal hier ganz kurz meine Säulen abbauen. Ähm. Wobei, Moment mal, ich kann ja auch hier kurz schauen, ob das aufgehen wird. Ja, doch, oh mein Gott. Das, 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 das wird gut. Das wird gut, das wird gut. So, genau. Ich baue jetzt hier mal meine Säulen ab. So. Äh. Der hier noch. Äh. So. Genau. Und dann hier noch. Das alles einmal weg. So, genau. Und ich mache jetzt auch erstmal hier die eine Seite nur. Ähm. Genau, dann sind hier wieder. Drei. 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 Äh. So. Ne, halt. Hier muss es sein. Das heißt dann also quasi. Das wäre ich hier dann so. Oder natürlich, wir gehen her. Und machen dann hier so. Moment, ich muss kurz gucken. Ne, halt. Ich meinte so. Genau. Und dann haben wir hier auch nochmal einen Eingang auf jeden Fall. Dann sind hier quasi da und da die Dinger. Und dann hier so, so, so. Ah, Moment mal. Den mittleren haben sie aber freigelassen. Äh. Das wäre dann wohl der, der hier. Moment. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Ja, genau. Den da hier, der, der hier, der bleibt frei. Und dann nochmal hier so und so. Genau. Äh. Dann müssen quasi immer diese Säulen hier einmal hochgezogen werden. So. 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 So, genau. Und dann noch die da hier. Das da hier, das lasse ich jetzt einfach erstmal. Ähm. Einfach damit das schön aussieht, verkleide ich das jetzt hier mal so. Ganz provisorisch. Ja, gut. Ähm. Genau. Und dann hier. Mach ich. Ah, Moment. Hier oben kommen dann wieder Treppen rein. Quasi so und so. Und dann hier wieder so, so, so. Genau. Das ist jetzt hier ein bisschen ein großer Eingang. Aber mei. Stört ja keinen. Wer Lust hat, der kann hier noch so machen. Das sieht irgendwie doof aus. Ja gut, da kann man sich noch was einfallen lassen. Ich weiß es nicht genau, wie die das gemacht haben. Ähm. Dann auf jeden Fall. Genau, ich setze zuerst mal hier die Treppen, weil ansonsten verwirrt es mich die ganze Zeit. So. Genau. Und das haben wir schon. Und dann so. 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 Komm schon. So, genau. Äh, genau. Und dann hier noch die Mauern. So, so, so. Dann kurze Zeitumkehrer. So, 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 so. Und dann hier so. So. So, so, so. Dieser Fehler, den ich gerade gemacht habe, der hat mich gerade daran erinnert, dass es in vielen Hogwarts-Versionen so ist, dass hier quasi nochmal irgendwie so Dinger dran sind. Und das mache ich jetzt auch noch. Das haben die jetzt nicht umgesetzt, aber das mache ich jetzt trotzdem. Einfach damit es cooler aussieht. Ja. So und so. Genau. Genau, und damit sieht das Ganze jetzt hier zumindest mal so aus. Das hier oben, das verändere ich auch nochmal, weil das gefällt mir so gerade auch nicht ganz. Das hier nehme ich auch nochmal komplett weg. Weil ich hier werde ich auf jeden Fall Mauern hinsetzen, weil das mir jetzt viel zu grob ist mit den Blöcken hier und ich weiß echt nicht, was ich da gesüffelt habe. So. Genau. Genau, ich mache das jetzt auch erstmal bis dahin, wo wir ja das da hier auch gebaut haben. So. Äh. Ja gut, und so noch. Und dann kommen jetzt hier Mauern überall hin. Außer da. Ja. Und dann nimmt das Ganze hier auch endlich mal Gestalt an und Form an. Und wir haben keine Mauern mehr. Das heißt, wir gehen jetzt hier einmal kurz runter und hier rein. So. So haben wir jetzt noch sechs Mauern. Und mache ich mich hier draus noch welche. So. So. Genau, haben wir wieder ein paar mehr Mauern. Und genau. Den letzten, den setze ich jetzt, obwohl nein, wir müssen hier gerade nochmal was machen. Äh, weil die da hier, die kommt jetzt auch einmal weg. Genau, so. Und so. Den mache ich auch mal kurz weg. Genau, weil hier wird auf jeden Fall ein Muster reinkommen, welches, wer hätte es geglaubt, Distlix und, äh, und Nico auch wieder vorgebaut haben. Und, äh, ja, genau. Das Ganze, das ist im selben Muster wie unten. Quasi immer so drei und dann zwei. Und das tut ja den Augen weh. Oh mein Gott. Genau, hier wieder zwei und hier wieder zwei. Und dann hier wieder so. Und, äh, ja gut, wie sie es hier gemacht haben, weiß ich jetzt nicht auswendig. Aber hier weiß ich es auf jeden Fall. Und, äh, genau. Damit sieht das Ganze jetzt hier erstmal so aus. Und hey, wer läuft denn da oben? Es ist die gute Varia. Hallo Varia, willst du uns was sagen? Hast du Fred gesehen? Wir waren verabredet. Ähm, ne, also hier oben habe ich niemanden gesehen. Ähm, also du könntest dich höchstens mit einem Mädchen hier verabreden, weil ich, also hier oben laufen May, Elisa und, äh, und Lily rum. Genau. Okay, da dreht sie mir auch schon wieder den Rücken zu. Alles klar, das merke ich mir, Varia. Gut. Und ich finde das Ganze, das sieht jetzt hier echt geil aus auf jeden Fall. Das gefällt mir mega, mega gut. Ähm, wie lange geht denn die Folge jetzt schon? Seit 22 Minuten. Okay. Ähm, dann würde ich jetzt noch eine Sache vervollständigen. Einfach nur, ja, vollständigkeitshalber. Nämlich hier quasi so diese, diese Balken, äh, ja, einmal komplett so runterziehen quasi. So, am besten ohne sich zu verbauen. So, so. Genau, und dann hier so und, ah, so. So, so und so. Und so und so. So und so. So und so. Und gut, hier weiß ich jetzt auch gerade wieder nicht auswendig, was sie gemacht haben, aber ich mache jetzt hier erstmal so. Äh, und dann haben sie, sie haben hier so das da hier so komplett verbunden, ganz oben. So. So, 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 genau. Und dann haben sie hier so Stufen rein. So, ah, so, 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 so. Und dann auch wieder hier so, 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 so. Ah, so, 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 so und so. Genau so haben sie es gemacht. Und, ähm, was ich dann jetzt noch gemacht habe, das haben die nicht gemacht, das habe ich gemacht. Äh, hier draus quasi nochmal, äh, ja. So, so ne, so ne Licht, ja, so einfach Licht zu machen, so, ne. Aber irgendwie ist es bei denen. Oder? Hä? Okay, ich erkenne das jetzt nicht ganz genau. Über der Tür sind hier noch zwei. Ach, haben die das höher noch gebaut? Haben die das nochmal höher gebaut? Ja, tatsächlich, um einen Stein haben sie es höher gebaut. Also, ich hier oben das. Ähm, okay, dann mache ich das jetzt nicht. Dann mache ich das jetzt hier erstmal. Oder, ja gut, dann lasse ich das erstmal jetzt hier komplett weg. So, und ich baue schon wieder viel zu viel ab. Ähm, dann lasse ich das jetzt hier erstmal weg. Das, äh, muss dann jetzt nicht sein. Ähm, genau. Aber zumindest, dass hier eben, äh, ja, diese Vertiefungen einfach sind, das war mir jetzt gerade mal noch wichtig. Und, äh, genau, der Boden, der wird dann einfach nochmal einen höher gesetzt. Und, äh, was ich aber schon machen kann, jetzt noch zum Abschluss, ist jeden zweiten, beziehungsweise Moment, äh, genau, hier Treppen, weil ich hier kommt so, 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 ah, so, so, oh Mann. So, 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 genau. Genau, und zu guter Letzt, zu guter Letzt, hier kommt ein, äh, ein Kessel hin. Genau. Und dann kommt hier eine Tür rein. Dann hier wieder Kessel und hier wieder eine Tür. Kessel, Tür, Kessel, Tür und Kessel, genau. Gut, Leute, damit haben wir jetzt eigentlich alles. Und wir haben unglaublich viel in dieser Folge geschafft. Wie gesagt, also, wir werden auf jeden Fall das Ganze, ähm, dann nochmal einen Block höher setzen. Das, das wusste ich jetzt nicht, dass sie das gemacht haben. Äh, aber ist auf jeden Fall auch ganz cool, so zu wissen mal. Ähm, und ja. Ja, 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 genau. Dann würde ich jetzt mal sagen, was ist hier mit der Folge? Ich zeige euch nochmal ganz kurz hier den Baufortschritt. Nö, also hier mit den Bannern einfach. Ach, ja, Leute, es ist einfach zu geil. Es gefällt mir wirklich, wirklich sehr alles. Ich finde, wir machen gerade mega, mega gute Fortschritte. Und alles wirklich dank dem Server. Also wirklich nochmal vielen Dank an, äh, an Disclix und an Dea Niko. Ich finde es wirklich mega geil, was ihr da macht. Ähm, und natürlich auch die anderen Leute auf dem Server. Also ich weiß jetzt nicht, wer was gemacht hat. Also, ich habe nur mitbekommen, dass, äh, Disclix und Dea Niko am, am meisten wohl auf dem Server sind. Ähm, aber natürlich sind es nicht die einzigen, die auf dem Server sind. Es machen einige dort irgendwas. Und deswegen wirklich vielen lieben Dank. Also ihr macht es wirklich, ihr macht es wirklich alle sehr, sehr toll. Und ich bin wirklich auch stolz auf euch. Einfach ein großes, fettes Dankeschön. Und ja, dann, liebe Leute, würde ich jetzt mal sagen, was ist hier mit der Folge? Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir gerne unten, Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann leider unten, Daumen nach unten. Aber wenn es euch super gefallen hat, dann zeigt es mir gerne unten kostenlosen Abo, was ihr mir jetzt hier rechts holt und jetzt auf meinem Wasserzeichen gerne hinterlassen könnt. Wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge, wenn ihr einschaltet, von Weeble Potter's World. Das war's von mir, dem Löwen. Bis dann, tschüss und ciao.